Ich hab's nächstes Mal mal lieber ein bisschen eher geöffnet. Oh nein, mein Schaffallschirm! Was ist da los? So, dann würde ich sagen, eine Mission schaffen wir noch. Ach, schade, kann ich nicht machen. The last mission today. Last mission of the day? Oh. Stopp, wir laufen jetzt gleich, wir haben Computer rum. Im Computer? Ja. Kommt's in die Matrix. Okay, dann müssen wir wohl erst noch einen Stuhl holen. Willst du mal fahren? Ja. Guck mal, ich geh direkt auf die richtige Seite und drück E. Hast du gesehen? Zeig ich dir mal, wie mein Auto fährt. Ja, ich merk das schon. Wieso? Ich mach doch gut. Ich mach doch gut. Nicht die Mama. Das war ein Baum. Ja, ein Baum ist nicht so schlimm. Das war ein Auto. Hat mich nicht getroffen, oder? Doch. Ne. Ne, das ist vor dir explodiert. Mich hat das Auto nicht getroffen. Nicht? Bei mir schon. Wir sind ja voll im feindlichen Gebiet. Hopf. Das Auto hat mich getroffen. Das auch? Ja. Dein Auto hier fährt aber nicht gut. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Na, ist so. Glaubst oder glaubst nicht? Checkpoint erreicht, links! Sender gehackt, 0 von 3. Was soll ich denn jetzt machen hier? Ja, ich würde die Bösen überfahren, damit die uns gleich verfolgen. Na rein! Ja, mach ich doch, Mann! Und dann zum Sender. Und wo ist der? Ja, da hinten war der schon. Wo? Auf der Karte sind die angezeigt. Wo seid ihr denn? Wir schießen die kaputt. Oh, da kommen sie. Hat mich einfach umgefahren. Und wo ballern die? Ach ja, da. Okay, Kenzie hackt. Ja. Dann müssen wir Kenzie schützen. Ja, wir haben ja Ruhe. Was hat ihr gesagt? Könnt ihr ein bisschen leiser sein. Ach so. Okay, dann fahr du. Two more to go, yeah! Oh, jetzt bist du in ein anderer Auto eingestiegen! Na klar, lass doch ganz. Dann fahr alleine. Wenn ich vorschlagen, erst mal da hinten den Turm. Oh, Mist, eigentlich würde ich einen großen Bogen fahren. Danke. Bitte. Spare ich mir halt einparken. Ich würde auch Leute platt schäfen. Mach das! Da oben, ne? Ist da oben noch jemand? Ne, aber da sind neue Punkte auf der Map. Bei mir nicht. Ach ne, sind wir da weg. Sind wieder weg! Schon mal nachladen? Oh, glaubt die mir. Hast du das jetzt gesehen? Die will vorne sitzen. Oh, mein Reifen ist kaputt. Oh, jetzt ist er ganz ab. Ja, you destroyed it! Aussteigen! Bin ich schon. Oh, ja, da oben. Oh. Da hole ich schon. Nice try! Oh! Ach. Oh, mal hab ich mal daneben. Treff hier. Oh, endlich. Rennen da hin, so wie so Wahnsinnige. Und da müssen wir bestimmt voll schnell weg. Das stimmt. Oder, ne, gar nicht. Bestimmt noch zu einem Ding, wo wir dann den Stuhl holen. Ihr wollt ja den Stuhl haben. Ja. Mach dir denn aber, heil dich! Oh. Oh, das war ich nicht. Oh, WTF? Guck mal, auf der Map. Der war zwar ein bisschen kaputt schon. Ja. Lässt sich wieder Zeit. Oh, Verzeihung. Sorry. Oh. Was auf, fährst du gerade um die Ecke? Da! Sex. Sex poppen! Du konzentrier dich auf den Auftrag! Die wurden angezeigt. Ach, warte auf den Helikopter. Ach so. Da ist er! Und, hä? Ach, guck mal, da sind wir schon. Ich hoffe, du fährst. Ne, irgendeiner fliegt. Ach so. Ah, wir können schießen. Ja, jemand von unserer Gang fliegt, man. Krass. Oh, yeah, man. Aber noch im Aufbau, ne? Was denn? Das Kraftwerk hier. Mhm. Ich glaube, in Russland haben sie mir das Stahl aus den Kühltürmen geklaut im Aufbau noch. Dann haben sie umgekippt. Echt? Ja. Oh. Oh. Yeah! Ich hab's nächstes Mal mal lieber ein bisschen eher geöffnet. Oh, nein! Mein Schadenfallschirm! Oh! Was ist da los? Der ist irgendwie abgefallen. Und dann hat er aber zum Glück noch einen. Das ist ein Zufall aber auch, ne? Ja. Okay, irgendwie müssen wir jetzt hier runter. Oh, oh. Zum Dreieck, ne? Oh, daneben geballert. Ich hör Musik. Ist hier ne Party oder wat? Ich hör auch Musik. WTF? Oh. Wir müssen die Router deaktivieren. Die, die gelben Dinger? Yo. Krass, die klauen hier voll den Strom. Oh, hier ist da noch einer. Router 1, aus. Du wirst ja angeballert. Aber ich hab' ihn, äh, deaktiviert, glaub ich. Oh, ne schnelle, boah, zum Glück. Wo ist hin? Oh, hier. Sonst bleib mal kurz in Deckung, wenn du zu wenig HP hast. Soll' ich erst mal das Feld hier räumen. Ja. Ich muss wiederbelebt werden. Ich seh schon. Erst mal das Feld hier räumen und sie rennt zum nächsten Router. Nein, ich bin nicht dahin gerannt. Und ich hab' hier den Typen ge-, ähm, getötet. Wow. Wo bist du denn? Ja, du bist an mir vorbeigelaufen. Hier, ich lieg' auf der Treppe. Vorsicht, Granate. Ah, sehr gut. Aua. Was soll's denn? Oh, ich geh mal schnell in Deckung, dann bin ich gleich tot. Wo sind sie denn alle? Ah. Okay, HP ist wieder voll. Was geht dir da nicht hoch? Ah, jetzt. Ja. Erst mal die Leute wegmachen, ne? Nur damit du wieder alles hier machen kannst. Ja, ja, genau. Du willst immer alles alleine machen. Stimmt doch gar nicht. Dann mach' nur in der Mitte. Na, jetzt kannst du den auch noch machen. Jetzt bist du ja bockig, ne? Ja, bin ich auch, weil du mich nie lässt. Voll die Lasershow hier. Ach, hier ist der Stuhl. Voll die Leile Stuhl in der Mitte. Geschafft! Ja. Du willst ja immer alles alleine machen. 10.000. Brauchst mich ablenken. Du mit Zielkraftwerk. Jetzt hol' ich mir noch eben Geld. Ja, ich auch. Ich tu aber mal eben die Waffe weg. Bargeld. Stimmt. Und Verbesserungen. Gucken, ob ich dann eine jetzt machen kann. Was wolltest du denn? Dieser schneller nachladen. Ah, okay. Gekauft. Äh, Gegenstände zum Verändern. Wollen wir nicht. Bandenfähigkeiten. Verstehe, nicht. Egal. Fähigkeiten. Doppel-MPs möchte ich gerne haben. Ich hab' nichts mehr. No money. Kost' 54, muss nur sparen. Okay. Na gut, an dieser Stelle will ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Paar.